Mein Großvater ist dann nach Marienfeld gezogen, um hier eine so genannte Wirtschaft mitzumachen. Von früher weiß ich ja nichts mehr. Ich war zu klein, ich war ja erst sieben Jahre. Ich habe die Flüge auf die Flüge, und ich habe die Flüge auf die Flüge. Die Flüge auf die Flüge auf die Flüge. Untertitelung des ZDF, 2020